Hallo und willkommen bei den LED-Hacks. In diesem Video möchte ich euch einen Hack an unserer P2 vorstellen. Falls ihr mal eine Kachel an eurer P2 tauschen solltet, kann es nämlich vorkommen, dass die Farbwiedergabe der neuen Kachel sich von den anderen unterscheidet. Eigentlich müsstet ihr die Einstellung über Nova LCT anpassen, bei unserer P2 Plus könnt ihr dies aber ganz einfach über den Testknopf machen. Dafür müsst ihr nach dem Kacheltausch euer Modul an den Strom anschließen und den Testknopf für genau 10 Sekunden gedrückt halten. Die Farbeinstellung wird jetzt geladen, dies zeigt euch der Testknopf, in dem er schnell blinkt. Ist die Konfiguration abgeschlossen, solltet ihr keine Unterschiede mehr erkennen. Mit diesem Hack spart ihr euch sehr viel Zeit und ihr habt immer ein gleichmäßiges Bild.